Hey Kinder, willkommen zu Foxy's Fassbills Pizza. Ähm, das ist Freddy's Fassbills Pizza. Ah, was auch immer. Ähm, willkommen bei der Pirate-Kauf-Schattsuche von Foxy der Pirate. Ja, du bist abenteuerlich, oder? Da kommt meine Pirate-Kauf. Darauf wartet eine Blutkauf. Überraschung auf dich. Und glaub ja nicht, du hast die Fassbillsuche danach zum letzten Mal erlebt. Wie macht das noch nicht, Pirate-Kauf-Schatts?